Oh yeah, Elektro-Schlott! Jetzt gibt es ausnahmsweise mal wieder was, was nicht so ein Scheiß ist, sondern was mit dem Wecker. Findet ihr gut, ne? Muss auch mal sein. Neueste Neuigkeiten vom Uhrenmodul sind, dass jetzt diverse Sachen zusammenkommen, so wie das Klebeband hier, naja, eher auseinander kommt. Ich glaube, ich sollte da doch mal das von mir ansonsten so geschätzte Gaffa-Tape verbauen. Was wir bisher schon hatten, konnten, wussten es, dass ich mit einer einfachen Handbewegung die Uhrzeit einschalten kann. Hier sieht man jetzt übrigens an der ersten LED, also die ganz rechts sagt mir, dass die DCF-Zeit synchronisiert worden ist, das heißt, es ist jetzt kurz nach Mitternacht. Und darüber hinaus geht jetzt noch ein bisschen mehr. Ich habe nämlich hier unten auf dem Board, na, sieht man das vernünftig, hier habe ich so einen kleinen Taster. Und wenn ich auf den Taster drauf drücke, dann springt hier oben noch eine zweite LED an. Und daran sieht man, dass ich jetzt gerade im Alarmzeit-Anzeigemodus bin. Das heißt, das, was man jetzt da oben sieht, das ist die Weckzeit, zu der ich geweckt werden würde von meinem Wecker. Einstellen kann man jetzt mit dem Drehgeber, den ich die ganze Zeit hatte. Ich weise jetzt schon mal drauf hin, der ist noch falsch rum. Aber ich kann jetzt, wenn ich hier nach rechts drehe, gehe ich früher. Wenn ich nach links gehe, drehe ich die Zeit hoch. Wie gesagt, ist noch verkehrt rum. Kann auch relativ schnell, dann wird das da oben doch. Und damit kann ich jetzt meine Weckzeit schön einstellen. Das ist genau das, was ich mir erwünscht hatte von dem Festplattenmotor hier. Tolles Teil dafür, gefällt mir wirklich gut. Was ich jetzt noch brauche, damit es richtig gut wird, ist der Pieper, der mich dann auch tatsächlich irgendwie mal wecken soll. Dann kommt der ganze Schmunz da unten hier, der noch so unordentlich auf dem Breadboard drauf ist, endlich mal auf so eine kleine Rochaster-Platine. Dazu gibt es dann auch nochmal ein Video. Und da muss ich mich leider mit der Sache auseinandersetzen, die ich die ganze Zeit befürchtet habe. Dann muss das nämlich alles irgendwie in ein Gehäuse. Und davor habe ich Schiss, weil diese Lötereien hier, die kriege ich noch halbwegs in den Griff, aber Gehäuse bauen, naja. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das in den Griff kriegen soll. Egal. Fürs Erste kann ich jetzt schon mal meine Weckzeit und meine normale Zeit anzeigen. Das ist ja schon mal ein Anfang. Und man sieht an diesen Verbindungen hier, das mit dem Gehäuse, das wird die Hölle. Naja. Bis dann. Euer Grego.